Willkommen zum Generationen... Ich... Ich finde das super cool. Wir... Wir spielen wieder... Sky Wars! Wisst ihr, was ich machen könnte? Wow! Wow, das mit dem Texturenpack ist wirklich... Hier. Wir trollen die... Wir trollen die Leute. Wir trollen die Leute. Wir versuchen... Ich versuch das mal. Ich versuch das mal. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Okay, wenn es daran liegt, dann... Ein Cobblestone. Das sieht etwas zu verdächtig aus. Das juckt mich aber nicht. Ja, wir haben so einen Typen. Und dann BÄM! Und dann BÄM! Dann bin ich gestorben und der Typ hat es überlebt. Und TNT Delay ist zu übertrieben. Oh mein Gott. Wenn ich ihn bekommen hätte... Ich bin entbannt worden. Von Saituxen. Dankeschön Saituxen. Ich habe keinen Bock auf Sky Wars mehr. Boah, Sky Wars ist jetzt out. Also von mir aus. Ich meine, erstens mal... Man wird so früh getötet. Dann... Kommen vier gegen dich los. Und dann gibt es Abstaube wie nix. Und dann gibt es... Ist so viele Bugs. So viele Glitches. Ich habe die alle aufgenommen. Oder... Das... Ja. Was für ein TNT Delay ist das? Was für ein Scheiß... Ey! Nein! Wisst ihr? Age Restriction? Kleine Kids... Oh! Holy fuck! LOL! Mein Potion ist auf dem Boden gesmashed. Schneller als es geht. Er ist somit aus Wein verbannt worden. Ich dachte einfach so... Junge. Erstmal brennen. Natürlich läuft er so durch und tut so. Nja, ist nix, Mann. Diese ganze Scheiß ist eigentlich so unloblich. Okay. Hä? Was? Ich versuche hier zu spielen, Junge. Was zur Hölle? Was zum... Du bist auch gestorben? Hier, erst in meine Hitbox. Er ist in meine Hitbox. Du Ficker. Das ist mein Kill. Nö. Wok... Okay. 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 Okay.